Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Resource Pickle-Stellen. Ich werde euch heute zeigen, wie man die Sounds und die Sprachdateien für die Versionen 1.8 und 1.9 bekommt, denn seit der Version 1.8 ist es eben so, dass die Sounds und die Sprachen hexadezimal irgendwie kodiert werden, damit man eben in Minecraft eine bessere Performance hat. Das ist natürlich ein Vorteil für das Spiel, aber ein Nachteil für uns, denn wir müssen jetzt nämlich die ganzen hexadezimalen Dateien umkonvertieren in OGG-Dateien und eben Punktlang-Dateien und ich werde euch eben zeigen, wie ihr das Ganze macht und wie ihr dann eben zum Beispiel die neue Hexe ändern könnt, denn die hat ja Sounds bekommen in der 1.9 und wir beginnen jetzt einfach mal, also wir sind jetzt hier in unseren Resource Pack Ordner, ich habe jetzt hier einfach das 1.9 Template und dann gehen wir jetzt erstmal in Assets, dann Minecraft und dann Sounds und diese Ordner ist eben leer und den bekommen wir voll, indem wir jetzt mal die Windows-Taste und die Air-Taste gleichzeitig drücken und dann geben wir 1% ab 3%, damit wir eben in den Punkt-Minecraft-Ordner kommen und wenn ihr die Version 1.9 schon mal gestartet habt, also die normale Version, dann müsst ihr in Punkt-Minecraft-Ordner einen Assets-Ordner haben. Wenn ihr den nicht habt oder wenn ihr glaubt, dass dieser veraltet ist, dann löscht den einfach mal und startet die Version 1.9 neu und dann solltet ihr auf jeden Fall diesen Assets-Ordner bekommen, dann klickt ihr drauf und dann geht ihr erstmal in den Indexes-Ordner. Hier sind jetzt wahrscheinlich die zwei Gs-Dateien hier, also 1.8 und 1.9 und uns interessiert natürlich jetzt die neueste Version, das wäre dann eben die 1.9 und die müssen wir dann mit dem Editor öffnen, was ich euch nicht empfehle, denn der macht das alles unübersichtlich, sondern ich öffne das jetzt mit Notepad++, das ist ein kostenloses Programm, das könnt ihr auf jeden Fall runterladen, ist in der Beschreibung verlinkt. So, jetzt haben wir hier ganz viel Text und hier sehen wir die ganzen Dateipfade von den Sounds und so weiter und deshalb werden wir jetzt gleich mal zurückgehen, in den Assets-Ordner nochmal zurückgehen und dann gehen wir jetzt in den Objects-Ordner und hier haben wir jetzt dann die ganzen Anfangsbuchstaben beziehungsweise Zahlen von diesem Hexacode und da müssen wir jetzt eben gucken, wo die ganzen Dateien drin sind. So, wir nehmen jetzt mal als Beispiel, dass wir die Hexe suchen wollen, also beziehungsweise den Sound von der Hexe ändern wollen und dann gehen wir jetzt mal in Notepad++, Steuerung F ein, denn dann haben wir eine Suchfunktion, deshalb auch nicht den Editor, sondern Notepad++ und hier suchen wir jetzt mal nach zum Beispiel Witch, denn Hexe heißt in Englisch Witch, dann klicken wir auf Weitersuchen und dann haben wir jetzt hier zum Beispiel Witch hört 3, also das ist der Sound, wenn man die Hexe schlägt. Wenn wir jetzt nochmal weitersuchen, dann finden wir zum Beispiel hört 2 und so weiter und dann müsst ihr jetzt eben so lange weitersuchen, bis ihr den Sound findet, den ihr dann auch haben wollt und ich nehme jetzt eben mal als Beispiel den Ambient 5 Sound und jetzt gucken wir mal, wir haben hier bei Hash einen langen, langen Hexadezimal-Code und wir gucken jetzt mal die ersten zwei Buchstaben an, das wäre C9, bedeutet ich schiebe das mal zur Seite, wir haben C9 und dann suchen wir hier einen Ordner, der C9 heißt und wir geben jetzt mal C ein, hier haben wir C9 und dann machen wir einen Doppelklick drauf und dann haben wir noch weitere Dateien, also müssen wir noch weiter gucken, wir haben ja außerdem noch B21933 und wir sehen hier B21933, also wir müssen genau gucken, dass das auch dann die richtige Zahlen- bzw. Buchstabenreihenfolge ist und ich glaube, das hier ist die richtige, bedeutet das wäre jetzt die Witch-Datei und jetzt schiebe ich mal die Cheeson-Datei hier nochmal hin, so und kopiere jetzt die Datei, die wir gerade eben gefunden haben in unseren Sounds-Ordner und jetzt müssen wir den eben umbenennen und wenn ihr wissen wollt, wie ihr den umbenennt, dann müsst ihr hier nochmal gucken bei Notepad++ und hier haben wir dann eben Ambient5.ogg, das bedeutet wir nennen diese Datei auch genauso, also Ambient5 und wichtig, ihr müsst dann noch dazu schreiben .ogg, denn das ist eine Sound-Datei, wäre es eine Sprachdatei, dann müsst ihr Punkt lang dazu schreiben, also L, A, N, G. So und jetzt haben wir hier direkt auch beim Typ OGG-Datei und jetzt müssen wir natürlich noch das Ganze in den richtigen Ordner schieben, dann müssen wir hier auch nochmal in der Punkt-Cheeson-Datei nachgucken, also wir haben hier den Ordner Minecraft-Sounds, mal gucken, wir sind hier schon in Minecraft und wir sind hier in Sounds, dann müssen wir in einen Ordner stellen Entity, dann noch einen Ordner Witch und dann kommt eben die .ogg-Datei hinein, also machen wir jetzt einen Ordner, Entity, zack, gehen da rein und hier machen wir dann auch einen Ordner Witch, so und hier kommt dann eben unsere Datei hinein, die wir gerade eben erstellt haben, das heißt ich schneide die jetzt mal hier aus und füge die hier ein und jetzt können wir nochmal überprüfen, wir haben hier die Ambient5.ogg-Datei, eben Witch, Entity-Sounds, Minecraft-Ordner und das stimmt dann alles über rein und dann haben wir jetzt eben die Datei und die können wir dann zum Beispiel mit Audacity öffnen, je nachdem welches Programm ihr für die Audiobearbeitung verwenden wollt und dann kann man eben diesen Sound verändern und dann einfach nur mehr speichern. Mit dem Punkt Langdateien geht das ganz genauso, also wenn wir jetzt zum Beispiel die deutsche Sprache suchen wollen, gehen wir nochmal Störung F ein und geben jetzt ein DE, denn das ist die Abkürzung und dann am besten nochmal Unterstrich DE für die Länderabkürzung, glaube ich und dann klicken wir auf Weiter suchen und dann haben wir jetzt zum Beispiel hier die Realms-Sprachdatei oder wenn wir nochmal weitergehen, dann haben wir die normale Minecraft-Sprachdatei. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel eben die Realms-Sprachdatei und die wäre dann eben bei 28, im Ordner 28, also gehen wir nochmal zurück in Assets-Objects und suchen 28, einfach mal eine 2 eingeben und dann findet ihr bestimmt 28, hier 28 und dann müssen wir noch weiter gucken, die nächsten Zahlen wären 2885, 2885, das wäre dann diese Datei, die werde ich jetzt mal in den Ordner in Assets-Williams lang und hier kommt dann eben die, ich habe die jetzt schon drin, aber hier würde dann die Datei reinkommen. So, also wenn wir dann die Datei hier reinkopieren, dann müsst ihr die dann wieder nicht löschen, dann müsst ihr die umbenennen, wie es hier ist, also DE-DE.lang. Groß- und Kleinschreibung müsst ihr beachten und wichtig, dann noch Punkt Lang. Und zack, wir haben eine Lang-Datei und wir können das nochmal überprüfen, dass wir hier die ganzen Sprachen von Williams haben. Genau, das hat jetzt alles funktioniert und ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie das Ganze funktioniert und ihr müsstet jetzt dann natürlich noch darauf achten, dass das im richtigen Pfad ist, also in dem Fall Williams, da sind wir schon drin und dann müsstet ihr noch in den Lang-Ordner reinkommen. Okay, also wichtig ist diese 1.9.cheesen, dass ihr die Datei-Pfade genau beachtet und dann eben diesen Hexadezimal-Code findet in dem ganzen Punkt Minecraft Assets Objects Ordner. Wenn es noch Fragen gibt, in die Kommentare und das war es dann auch schon, aber gut, also lasst einen Daumen da und ich würde sagen, dann sage ich tschau und bis zum nächsten Mal.